ja hallo ich bin es wieder johannes vom customer happiness team von klick tipp und in diesem video möchte ich dir gerne mal zeigen wie du eine kampagne im marketing cockpit anlegen und starten kannst ja das ganze möchte ich dir erstmal in einer komplett einfachen art und weise zeigen also keine komplexen sachen sondern wirklich nur in grundzügen wie legst du eine kampagne an was musst du in dieser kampagne einstellen damit du sie starten kannst und wie startest du sie letztendlich dann auch dazu gehe ich hier oben auf kampagnen kampagnen neue kampagne und die benenne ich jetzt einfach mal zum beispiel meine erste kampagne hier labels das kann ich noch offen lassen das kann ich auch später noch benennen und klicke dann hier auf kampagne anlegen so was ich jetzt zunächst sehe ist hier eine startbedingung da kümmern wir uns später drum jetzt werden wir erstmal ein grobes gerüst dieser kampagne erstellen einfach mit zwei drei aktionen und dann kümmern wir uns hinterher um die inhalte hier über das plus aktion hinzufügen wenn ich darauf klicke sehe ich alle aktionen die ich in diese kampagne einfügen kann und ich beschränke mich jetzt hier wirklich bewusst auf eine ganz einfache e mail aktion klicke ich drauf und schon habe ich die e mail aktion hier drin danach möchte ich gerne einen tag warten bis ich die nächste e mail verschicke dazu klicke ich wieder hier auf plus aktion hinzufügen und klicke auf warte das ganze möchte ich jetzt gerne zweimal haben das heißt ich möchte einmal die e mail aktion einmal die warte aktion haben und das könnte ich jetzt natürlich so weiter über über diesen button hier einfügen aber ich kann es mir auch einfacher machen es könnte ja sein dass ich schon etliche aktionen eingefügt hätte und die möchte ich einfach duplizieren gehe also her klicke auf diese e mail aktion und ziehe das ganze hier runter mich dann loslassen dann kann ich hier diese und alle folgenden aktionen duplizieren das klicke ich jetzt mal an speichern und schon habe ich zwei e mail aktionen zwei warte aktion so möchte ich das haben wenn du jetzt sagst die kampagne soll danach beendet sein das heißt ich möchte keine weiteren aktionen mehr hinzufügen dann kannst du hier eine beenden aktion hinzufügen das mache ich mal das heißt der kontakt durchläuft die kampagne bekommt zwei e mails durchläuft diese warte aktionen und dann wird die kampagne für ihn beendet wenn du jetzt sagst ich möchte aber gerne immer mal wieder e mails hinzufügen dann lässt du die kampagne am besten offen das heißt in dem fall würdest du dann hier die beenden aktion wieder löschen ich lasse jetzt aber einfach mal drin der vollständigkeit halber und jetzt siehst du dass du hier also erstmal so ein grobes raster deiner kampagne hast um die kampagne zu starten sind jetzt eben noch ein paar dinge nötig du musst einmal die startbedingungen definieren auch inhalte hinzufügen und damit du nichts vergisst hat klickt hier etwas eingerichtet und zwar eine to do liste wenn du oben rechts auf das glocken symbol gehst siehst du das klickt einmal drauf also zum einen steht hier diese kampagne enthält eine leere startbedingung sie kann daher nur von anderen kampagnen gestartet werden und hier in der to do liste steht keine e mail in der aktion und das liegt jetzt einfach daran dass wir zwar hier eine e mail aktion eingeführt oder zwei e mail aktionen eingefügt haben die haben aber noch keinen inhalt aber da kommen wir jetzt gleich zu gehe also erstmal auf die startbedingungen ja und hier frage ich mich was möchte ich denn überhaupt prüfen wer soll denn in diese kampagne hier rein und zunächst klicke ich hier auf was möchten sie prüfen und hier habe ich also zahlreiche möglichkeiten bestimmte manuelle tags smart tags wer hat sich zum beispiel über welches anmeldeformular eingetragen aber auch felder und ganz hier unten ich gehe hier an dieser stelle erst mal auf das tagging ein das heißt also ich möchte ein bestimmtes tag zugrunde legen dadurch deswegen klicke ich ihr tagging an und kontakt hat das manuelle tag ich möchte jetzt gerne den interessenten haben dieses tag habe ich vorher schon angelegt falls du noch kein tag angelegt hast kannst du das hier überall erstellen tun ich wähle jetzt hier aber meinen interessenten tag aus und damit ist dieser punkt erledigt und hier noch ein wichtiger weiterer tipp wenn du möchtest dass in die kampagne nur kontakte laufen die auch tatsächlich e mails empfangen können dann ist es ganz wichtig dass du noch eine bedingung hinzufügst und zwar hier direkt auf bedingungen hinzufügen klicken und verknüpfung lassen was möchten sie prüfen kontakt status und dann kommt hier sofort kontakt kann e-mails erhalten also das sichert dich ab dass hier wirklich nur kontakte reinlaufen die e-mails erhalten können selbst wenn aber hier kontakte drin die keine e-mails erhalten können dann wenn die zwei in der kampagne würden aber keine e-mails bekommen also da musst du keine angst haben da passiert nichts aber es ist einfach schöner und aufgeräumter wenn tatsächlich dann nur die kontakte auch in die kampagne kommen die auch die e-mails erhalten können also auch was von der kampagne von der automation haben gut jetzt habe ich meine startbedingungen eingestellt wichtig ist immer dass ich das ganze auch wirklich beschriftet dass ich also wenn ich in die kampagne schaue am besten auf einen blick sehe was passiert in den aktionen und hier gebe ich dann zum beispiel ein kontakt hat das tag interessent so wenn ich das gemacht habe klicke ich hier unten auf speichern somit sehe ich sofort wenn ich darauf kontakt hat das tag interessent okay für die also für diese gruppe von kontakten startet eben diese kampagne jetzt gehe ich weiter zur e mail aktion hier habe ich bereits eine e mail vorbereitet wenn ich das noch nicht habe kann ich hier auf erstellen gehen klicke dann hier rein lange erste e mail und genau das schreibe ich auch im namen der aktion dann gehe ich wieder auf speichern vielleicht noch ein hinweis hier dieses häkchen warten bis der kontakt e mails empfangen kann das ist halt wichtig wenn ich wirklich warten möchte es könnte ja sein ein kontakt kommt in diese kampagne rein ich zeige das noch mal ganz kurz und zwar wenn ich diese bedingung hier nicht gewählt hätte dann könnte ja jeder kontakte das tag interessent hat in die kampagne kommen auch wenn er seine e mail adresse noch nicht bestätigt hat an der stelle wäre es dann so dass er hier in dieser aktion wartet bis er tatsächlich e mails empfangen kann das heißt er ist zwar in der kampagne er bestätigt später seine e mail adresse und kann erst dann diese e mail bekommen und dafür genau ist dieses häkchen da ich beschreibe das deswegen weil es wirklich so existenziell wichtig ist das zu verstehen wenn ich das nämlich nicht anhake dann würde der kontakt der noch nicht bestätigt ist einfach durch die aktion durchlaufen und die e mail auch niemals bekommen ja das ist also der hintergrund bei diesem haken nur so ein kleiner exkurs also ich habe hier die erste e mail ausgewählt dann ist wichtig das ganze zu speichern und hier auch den namen einzugeben und ich speichere jetzt so und somit sehe ich hier erste e mail und jetzt gehen wir auch direkt zur zweiten e mail um die warte aktion kümmere ich mich gleich noch das heißt ich sehe jetzt schon in der to do liste jetzt ist nur noch eine aktion wo ich keine e mail hinterlegt habe das mache ich jetzt noch schnell klicke also mal drauf nennen das ganze zweite e mail und klicke auch hier zweite e mail an auch hier könnte ich dann erstellen hier kann ich auch bearbeiten und auch das lasse ich angehakt klicke auf speichern so und jetzt steht hier tatsächlich es gibt keine offenen to dos diese kampagne kann gestartet werden super jetzt muss ich mich aber noch um die warte aktion kümmern wenn ich die kampagne so versenden würde würden beide e mails hintereinander direkt versendet das möchte ich nicht sondern ich möchte die erste e mail wird versendet dann möchte ich einen tag warten dann die zweite e mail und dann wieder einen tag warten und dazu gehe ich einfach mal auf die warte aktion du siehst hier dass hier wirklich auch viele dinge realisiert werden können möchte mich aber hier ganz bewusst wirklich nur auf was ganz einfaches beschränken nämlich vom aktuellen zeitpunkt aus gesehen einen tag warten das lasse ich also alles so eingestellt gebe hier lediglich eine 1 ein so und dann sage ich eben auch in dieser aktion warte einen tag so dann klicke ich hier unten speichern das ist immer ganz wichtig und genau dasselbe mache ich hier unten bei dieser aktion auch hier wieder ein tag und speichern so jetzt habe ich wirklich alles eingestellt und habe eine komplett fertige kampagne die ich starten kann und das mache ich jetzt indem ich hier oben links auf dieses kleine icon klicke da steht im moment noch inaktiv klicke einmal drauf und hier habe ich jetzt die möglichkeit einen versandzeitpunkt einzustellen im moment pausiert die kampagne kann aber einen zeitpunkt wählen oder sagen sofort jetzt ist es so bei zeitpunkt gemeint ist hier der initiale start der kampagne es hat also nichts damit zu tun wann die e mails versendet werden sondern nur wann die kampagne tatsächlich startet für die für die kontakte die eben das tag interessant haben und wenn ich das einmal einstelle dann heißt es dort startet die kampagne und die ist dann bleibt dann aktiv und wann immer ein neuer kontakt reinkommt mit dem tag der läuft sofort in die kampagne rein also das ist der hintergrund des startpunkts ich kann aber eben auch sagen sofort ja wenn ich das mache und dann auf speichern gehe wird mir nochmal ausgerechnet und angezeigt für wen startet die kampagne kampagne für wie viele empfänger im moment habe ich keinen kontakt der dieses tag hat insofern steht hier null empfänger aber sobald eben wenn ich jetzt zehn kontakte hätte die das tag haben würde hier eben zehn empfänger stehen ja ich klicke auf speichern und die kampagne ist jetzt aktiv steht auch hier und wenn ich ins marketing cockpit gehe sehe ich dass hier oben dieses inaktiv zeichen in ein grünes aktiv zeichen übergegangen ist ja das war in grundzügen die schnelle und einfache erklärung wie du eine kampagne erstellt also keine wilden sachen natürlich kannst du viel viel komplexere sachen hier mit umsetzen als ich dir das jetzt gezeigt habe aber mir war es wichtig dass du einfach siehst wie einfach so eine eine ganz rudimentäre eine ganz grundsätzliche kampagne erstellt werden kann einfach mit ein zwei e mail aktionen erwarte aktion und fertig und das kannst du sehr sehr schnell machen und jetzt bist du wirklich in der lage eine erste einfache kampagne anzulegen und komplexer schwerer geht immer aber du hast jetzt das handwerkszeug um wirklich eine kampagne für dich alleine anzulegen ich hoffe das ganze hatte ich weitergebracht hat dir geholfen und es war auch hoffentlich leicht nachvollziehbar wenn du fragen hast dann wende dich gerne an unser cat ansonsten wünsche ich dir erstmal viel erfolg bei der ersten kampagne und wir sehen uns in einem der nächsten videos bis dann tschüss